Hallo ihr Klötzchen da draußen, ein Jahr ist nun schon doch schnell vorbeigegangen. Mann, haben wir viel zusammen erlebt, findet ihr nicht? Ich wollte mal ein ganz kräftiges Dankeschön. Jedes Like, Abo für alle Mitglieder, eure Hilfe, die ganzen Aufrufe, dass ihr immer mitgefiebert habt und eure Geduld. Ach, führt euch einfach alle mal Geduld von uns. Ja, dann als zweites wollte ich meinem Team Danke sagen, dass ihr mich seit einem Jahr, über einem Jahr, ihr Momentum ertragt und so viele Dinge mit mir zusammen macht. Dann an die vielen tollen Projekte, die wir zusammen gemacht haben, da möchte ich mich auch mal bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, da mal mitzumachen. Und was ich jetzt nochmal ganz exklusiv erwähnen möchte, ist, vielen Dank an meine Support. Ohne euch wäre das hier alles gar nicht mehr. Weil ihr wisst ja, jeder Euro zählt und ihr habt nicht mal im letzten Winter dran vergessen, dass ein Bubu es auch warm war. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank. Dann wollte ich das Wort an Gucci noch geben. Ja, also ich bedanke mich auch sehr herzlich an den Chat auch von Bubu, der mir auch ein bisschen unterstützt hat, damit ich mir einen besseren PC holen kann, damit ich auch streamen und auch weiterhin mitspielen kann. Und dafür danke ich von ganzem Herzen. Gut. Ja. Und nonstop? Ja. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für den Support, den ihr mir gegeben habt und auch, dass ihr uns alle unterstützt. Und ich möchte noch ein gutes neues Jahr wünschen. Rutscht gut. Und hoffentlich sehen wir uns dann bald wieder. Und dass ihr uns weiterhin weiter unterstützt mit Abos, mit Likes. Vielleicht diejenigen, die auch ein bisschen was spenden. Auch mit Spenden. Ich weiss ja nicht, ob da was eingestellt ist. Aber wir sind immer auf alle Unterstützung von euch sehr dankbar. Und dafür vielen lieben Dank. Ja, und vor allen Dingen, was jetzt im nächsten Jahr passieren wird, kann ich euch auch schon mal verraten. Also, am 14. Januar, den solltet ihr euch unbedingt vormerken, geht der große offizielle Community-Server der Klötzchenbande online. Hm, das heißt, alle, die jetzt auf dem anderen Server noch sind, die ganzen Mitglieder, das Bauteam, alle ziehen wir um auf den großen Server. Und wir hoffen, dass wir ganz viele neue Klötzchen dazu bekommen. Und lasst euch überraschen. Also, das wird mega. Dann wird es am 7. Ich glaube, das ist der 7. Also, auf jeden Fall der erste Samstag im Januar wird es wieder Momentum geben um 20.30 Uhr. Gewohnt, wie immer. Ja, dann aber wieder ins Survival, nicht im Kreativ. Und ja, dann werden einige Projekte dazu kommen, also wo ihr mich zu sehen kriegt. Also, da verrate ich euch im Laufe der ersten Januarwoche, zweiten Januarwoche, verrate ich dann ein bisschen mehr zu. Und es wird wieder weiter Let's Play-Videos geben. Und wir werden so ein bisschen den Fokus lernen im Vordergrund diesmal haben. Das heißt, ich werde mich mehr mit WorldEdit beschäftigen und Redstone und all solche Sachen. Also, lasst euch überraschen. Und auch die Videos werden wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen anders werden. Weil, äh, entwickeln wir uns ja alle weiter. Also, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, ja, denke mal, ihr seid schon alle total in Feierlaune und aufgeregt. Und, 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 und. Wir haben uns da noch was überraschen. Wartet mal. Muss mal. Und dann laufen wir da mal. Und dann dürfen sich Gucci und Non-Stop, sag ich mal, ihr könnt eigentlich am besten auch schweben, wenn ihr möchtet. Also, ihr könnt auch am Brunnen sitzen. Ich glaube, da seht ihr es besser. Also, ähm, ich sag mal so. Wir machen mal einen Countdown. Also, zehn, neun, zehn, neun, acht, sieben, sechs, vier, drei, zwei, eins, eins, jetzt muss ich den Schalter finden. Yay! Wohin! Yay! Wow! Wir wünschen euch alles Gute fürs Neujahr. Ein gutes Neujahr und allen Siegern. Tschüss! Tschüss!